einen wunderschönen guten abend meine lieben freunde so erstmal technik check endboss küche heute test ich mal ein neues format aus schön dass ihr da seid so ich hoffe es geht euch gut und ihr hattet ein schönes wochenende ja es ist sonntag und ja was könnte man besser machen als am sonntagabend als gar nichts deshalb machen wir heute natürlich einfach gar nichts schön dass ihr da seid lasst uns zusammen einfach gar nichts machen ich habe meine küche auch extra vorbereitet um heute gar nichts zu machen ich werde nichts kochen ich gehe nicht zum kühlschrank ich werde keine rezepte euch vorstellen wo ihr wählen könnt was ich koche das werde ich alles nicht machen das ist mir viel zu anstrengend ich werde einfach gar nichts machen weil ich glaube dass das aber die beste lösung ist bisher habe ich das so noch nie probiert ja endboss küche wenn ihr noch keine helle fresh kunde seid und euch das gefällt was ich da heute zeige dann könnt ihr dort 90 euro eine 90 euro gutschein bekommen für die ersten drei boxen ja und wir kochen heute einfach was von hello fresh und da ich drei verschiedene sachen zur auswahl habe dürft ihr auswählen ja bevor wir abstimmen zeige ich euch erst mal wie ich die kisten ausgepackt habe meine lieben freunde ich grüße euch heute schauen wir uns mal gemeinsam eine hello fresh box an und werden auch was aus der box kochen ich bin sehr gespannt was ist in der box drin drei gerichte habe ich bestellt und jetzt machen wir sie einfach mal auf ihr könnt sehr gespannt sein das sind ganz ganz tolle gerichte ich möchte euch auch ein wenig erzählen darüber ja wie meine erfahrungen sind mit hello fresh das ist eine service den ich schon sehr lange benutze immer mal wieder wenn ich lust habe was zu kochen für mich alleine aber ja es geht natürlich auch für familien oder paare es ist nachhaltig vom feld bis zur gabel gramm genaue angaben das heißt man schmeißt nichts unnötig weg das natürlich sehr sehr praktisch ja es ist einfach sehr genau abgemessen frisch vom feld kommt es zu dir es macht keiner umwege es ist co2 neutral es recycling ja man hat das papier was man recyceln kann und die ice packs das ist wirklich alles sehr sehr praktisch zeige ich euch jetzt alles mal und ja wir haben hier einmal gericht nummer 26 das ist dann auch schon so farblich hier unterlegt dass man das gut erkennen kann und später dazu gibt es dann ein rezept das man auch sich auf dem papier angucken 25 die 33 3 gerichte hier in diesen tüten sind die sachen drin die ja nicht unbedingt eine kühlung benötigen das hier ist noch ein wenig werbung die auch mit dabei ist braucht man jetzt nicht unbedingt aber mache ich mal auf und schaue mal rein und ja da sind immer so rabattaktionen drin manchmal gibt es auch ja kleine geschenke die damit drin liegen so ein getränk zum ausprobieren oder so was so was in der art ja dann hier haben wir die brötchen da ich auch ein burger menü drin habe ein veganes burger menü seht ihr gleich auf dem bild sieht ganz ganz toll aus das hier ist sehr innovativ und hat hello fresh kann man sagen erfunden in dieser weichen tasche da sind die gekühlten lebensmittel drin die eine kühlung benötigen und diese kühlung funktioniert richtig gut also man wenn man das paket bekommt kann man das rein theoretisch auch einfach mal so ein paar stunden oder sogar tage stehen lassen und es wird also richtig gekühlt weil die sind also einfach so da drauf gelegt oder fest miteinander verbunden das ist also eis das ist also auch schon jetzt einige stunden und ist immer noch fest also da ist überhaupt gar keine flüssigkeit kühlt noch super das sind vegane fleisch patties und alles was also kühlung benötigt ist da drin manchmal auch so fest mit dem gummi zusammen ja hier gerade beim fisch natürlich sehr wichtig ja der ist richtig schön kalt sieht auch richtig gut aus und natürlich haben auch alle einzelnen verpackungen ein mindesthaltbarkeitsdatum wenn man die also jetzt nicht benutzt oder verbraucht oder irgendwie was anders kocht dann hat man trotzdem ein lebensmittel wo man genau sieht okay dann und dann läuft das ab diese tasche kann man gut verwenden um auch noch was zu versenden irgendwas zerbrechliches was man irgendwo hin versenden muss das kann man hier zum beispiel machen das nehme ich mir immer auf weil ich zusammen und wenn ich mal was verschicken muss was zerbrechliches dann kann ich es sehr sehr gut benutzen so jetzt kommen wir zu den rezepten die kann man natürlich sich in der app anschauen zu jedem einzelnen gericht aber sie sind auch hier in papierform da man kann die papiere dann auch später abheften was auch natürlich auch sehr praktisch ist und dann hat man so ein schönes rezeptbuch das ist das was wir also heute da kochen werden ja da werden wir also heute was kochen gutscheine sind auch mit dabei da kann man dann also noch eine box gratis bekommen wenn man da jemanden überzeugt auch mal was zu bestellen linguine gibt es frisch mit kokos krim und ja heute werdet ihr entscheiden was gekocht wird hier seht ihr dass das farblich zusammenpasst man weiß sofort okay ah diese tüte gehört zu diesem rezept das ist also sehr sehr einfach und wie das genau funktioniert mit diesen rezepten wie einfach das ist das zu kochen das seht ihr jetzt gleich im anschluss und ja hier haben wir die 26 da gehört der fisch dazu ja und dann das letzte gericht was noch mit dabei ist zeige ich euch auch gleich das ist ja eigentlich das leckerste hat auch immer die ganzen angaben damit drauf ja also die die nährwertangaben das ist der vegane barbecue burger hierzu gehören dann die brötchen ja also das nummer so zum anfang ja wenn ihr selber mal bei hello fresh etwas bestellen wollt dann bekommt ihr einen satten rabatt die details dazu findet ihr unten in der video beschreibung und da könnt ihr meinen code eingeben oder auf den link klicken und dann einen satten rabatt abräumen für eure erste bestellung und natürlich auch diesen kanal dabei ein wenig unterstützen also eine win to win situation würde mich sehr freuen wenn ihr das nutzt und ja das sind also jetzt die sachen die in diesem paket drin waren für eine person also für zwei personen genauer gesagt diese drei gerichte das passt alles in ein paket baue ich euch mal hier alles zusammen auf mit den eispacks mit den kühlpacks noch mit dabei und den rezepten ist also auch alles sehr gut verpackt und alles mit recyceltem papier oder eben für den gelben sack auch ein wenig plastik mit dabei das man natürlich auch dazu sagen dann kann man die sachen einfach hier in den kühlschrank reinlegen das muss man nicht sofort kochen das kann man auch ein paar tage aufheben so und jetzt geht's los das sind drei gerichte für zwei personen jeweils wenn man es alleine kocht dann hat man hat für den nächsten tag noch was so also das reicht wirklich gut für zwei personen das ist ziemlich ganz gut abgemessen ja und 46 euro ist ein super preis als beispiel jetzt mal weil wenn man einkaufen geht kauft man immer zu viel bisher man kauft immer zu viel hier ist es sehr genau abgemessen aber gut dazu später mehr jetzt sucht ihr aus also ihr stimmt ab was wir was für was wir kochen entweder dieser burger vegan barbecue burger mit karamellisierten zwiebeln oder alfredos style frische linguine in kokos creme soße oder gedämpfter selaks mit dill marinade ja also 1 wählt ihr für den barbecue burger frische linguine dass die 2 und der gedämpfte selaks mit dill marinade ist die 3 also ihr müsst jetzt nicht dauer abokunde werden für immer sondern ihr schließt dieses abo ab und danach könnt ihr es immer wieder kündigen pausieren das gar kein problem also maximal eine box bestellt ihr euch beziehungsweise eine ein karton mit drei gerichten oder ja mindestens drei gerichte müssen sein und wenn ihr wollt dass ich so ins stream noch mal mache dann bestellt euch eine box so was sagt ihr ab schon bürger leute was seid ihr für fast food junkies was seid ihr für fast food junkies ihr wollt also den bürger haben alles klar da dann gibt es halt den bürger wenn ihr bürger wollt dann gibt es bürger das ist auch vegane mayo und das ist auch vegane mayo und das ist auch vegane mayo und das ist das hier ist eine wer weiß es jula jula was ist das wer weiß es wer weiß was was für eine frucht ist das ja das ist eine kartoffel sehr gut und davon gibt es sogar 22 kartoffeln das ist alles recycelpapier brauchen wir also nicht mehr ja das kann weg natürlich die sachen müssen gewaschen werden ist auch klar und dann haben wir hier das sieht ein bisschen eklig aus muss sagen aber das ist eben normal weil veganes fleisch immer ein bisschen eklig aussieht das sieht hoffentlich in der pfanne hinterher besser aus hoffe ich mal dann haben wir hier die bunnies habe ich schon gezeigt und ja jetzt halten wir uns an das rezept ja kommt alles mal darüber also für die zwiebeln oder sind interessant okay das ist jetzt bisschen komplizierter zwiebel anschwitzen selbst wenn ihr vollkommen dumm seid aber richtig also sagen wir mal an ihr seid politiker und könnt einfach gar nichts oder ihr seid lehrer oder beamter oder irgendwas wo ihr sagt also tut mir leid hier oben ist schwierig bei mir hier steht alles genau drauf man muss das einzige was man können muss das kann natürlich auch nicht jeder ist lesen das ist auch von hello fresh und wenn euch ein rezept gefällt ja dann könnt ihr das hier abheften ja und dann immer wieder auch selber nach kochen so und das ding ist halt heute fragen sich ja warum soll ich das machen ich kann ja auch ins netz gehen wir einfach ein rezept holen dann kaufe ich mir das selber ein oder so nee du machst es halt nicht also oft macht man es halt nicht so wenn es von hello fresh bekommst dann musst du es ja kochen weil du hast es ja da dann hältst du dich auch einigermaßen an das rezept und das gute ist du lernst halt dabei viel du lernst du lernst einfach viel das finde ich gut und hier kann man das abheften und das kriegt ihr von hello fresh sogar wenn ihr längere zeit kunde seid kostenlos oder ich habe es kostenlos bekommen das war irgendwann bei mir in einem paket mit drin so also das erste was wir jetzt machen ist uns um die zwiebeln zu kümmern und hier steht ablöschen anschwitzen balsamico und zucker ablöschen bisschen zucker ist das zucker dann karamellisiert das noch besser man lernt auch so kleine tricks dann ja das ist auch das gute dabei und das langt schon ist auch ja auch nicht zu jetzt löschen wir das einmal ab mit balsamico essig eine kleine schüssel weil es ist auch immer gut man muss ja nicht unnötig geschirr verbrauchen beziehungsweise töpfe und sowas weil hier im rezept schon zum beispiel nicht mal einen kleinen topf nehmen aber das braucht man jetzt gar nicht weil ich mache jetzt in dem klein in der gleichen pfanne ja was auch eigentlich das machen die normalerweise auch immer so beschreibt dass man das spart an der gleichen pfanne habe ich runter gedreht machen wir so leute das ist nicht schwer sehr sehr einfach ihr habt wirklich das einfachste gericht ausgesucht von allen ja vielen dank dafür und wenn ich erstmal einen airfryer habe dann bin ich frei du bist nicht frei ohne einen freier so jetzt machen wir den salat jetzt kommen die bürger jetzt werden die bürger gebraten vegane bürger das ist eine sache das würde ich gerne von euch wissen was ist eure meinung zu veganem fleisch wie jetzt zum beispiel solchen bürger pettys das ist also ich habe schon mal probiert ja es ist natürlich einfach geschmackssache ich persönlich muss sagen ich esse lieber bio fleisch ja weil guck mal also ne ihr seht es ja auch gleich nochmal in der pfanne es ist halt ich sag euch daher wie es schmeckt ich bin gespannt ja aber es ist ich denke mal es ist auf jeden fall also vergeht erst mal die umwelt denkt nur ans tier also dafür ist halt einfach kein tier zumindest nicht direkt gestorben deshalb ist es gut ihr habt für vegan gestimmt ich esse vegan ich probiere es für euch und sage euch wie es mir gefallen hat jetzt jetzt beraten wir jetzt beraten wir die bürger jetzt braten wir die bürger ja so sehen die aus also ich weiß nicht das ist halt sieht halt nicht aus wie fleisch ähnlich aber aber ich rieche mal wenn ich wenn ich jetzt kann rieche also was ist drin ich lese mal vor wasser das ist ja immer in der in der jeweiligen menge ne wasser gemüse pilze zwiebeln pflanzenöl kokosnuss sonnenblume texturierte texturiertes erbsenprotein und oh texturiertes erbsenprotein Gluten Ackerbohnenmehl klingt ein bisschen wie Ackererde Quatschstoffe Rohrzucker Verdickungsmittel Gewürze natürliches Aroma Rote Bitterpulver Essig Salz Konservierungsmittel Milchsäure Gärten Malzextrakt Malte Dextrin und Vitamin B12 keine schlechten aber es ist halt so wenn man Low Carb macht ist es vielleicht jetzt nicht das beste ne man hat nämlich ach ist eigentlich gar nicht viel 4,5 Gramm Kohlenhydrate geht eigentlich ah da fällt mir ein die Kartoffeln habe ich noch gar nicht gemacht aber gut die gehen ja relativ schnell wir machen dann einfach Bratkartoffeln noch ach vielleicht machen wir es dann doch vorher ach pass auf Leute wir machen das dann doch vorher ich nehme es nochmal raus Leute wisst ihr wie ich Bratkartoffeln mache es ist einfach es ist einfach super easy ja du musst eigentlich gar nichts machen du machst einfach nur einmal so einmal so dann machst du einfach nur ganz dünne Schaden und damit ist jetzt die Geschlechter so mit der Schaden die Geschlechter hat dann nur super geeignet dann kannst du auch mal zu nehmen und das mache ich einfach in die Pfanne Leute ja und dann nehmt ihr ein geiles Gewürz dazu ich habe es jetzt auch ein bisschen runter gedreht ja weil wenn ihr die zu scharf anbratet dann sind sie halt außen kross und innen noch roh das wollen wir natürlich nicht also sie sollen ja schon so auch durch sein Leute wenn ihr wollt dass ich mal mit einem Air Fryer koche dann geht auf meinen Linktree auf meine Amazon Wishlist und dort findet ihr einen Air Fryer kauft ihn mir und ich werde auf jeden Fall damit kochen natürlich ist doch völlig klar wenn ihr das unbedingt wenn das euer Herzenswunsch ist dass ihr sagt unbedingt musst ja und wann mit einem Air Fryer etwas machen gut you're welcome an alert 4 year old discovers her family's Air Fryer is on fire fire oh no no that's gonna kill me Daniel scrambles to find the fire extinguisher no luck now the family dogs have also joined the action here's what's left of it today his stove is a complete loss he says he had cooked lunch for his daughter 30 minutes prior to the fire dann machen wir das also die braten schon mal nicht wie Fleisch seht ihr das da kommt extrem viel Wasser raus also wie Fleisch kann man hier nicht braten also ich esse natürlich nicht allein zwei Burger aber ich kann natürlich allein zwei Burger essen das geht natürlich grundsätzlich schon so äh Burger ist eh das beste ja klar also Burger liebe ich schon mal ist auch gesünder als Pommes ne jetzt ist hier aber ganz schön jetzt müsste ich eigentlich mal hier lüften boah das ist aber richtig Sonntagabend chill oder soll ich nicht mal ein bisschen was anderes machen Leute das sieht nicht gut aus das sieht nicht gut aus Leute ich glaube ich glaube ich habe es ist so lange bitte ist es halt nicht wie Fleisch ne es ist nicht wie Fleisch ne was mach ich da jetzt ah ich muss ich muss jetzt leider ich muss irgendwie was kriegen jetzt so kann das nicht gehen seht ihr es ist halt es ist halt vegan ne es ist halt vegan guck mal Leute das ist ne Erbsen Protein ne das muss ich ja jetzt wirklich nicht essen ne da müsst ihr aufpassen das geht ganz schnell ich glaube schon dass es lecker ist ne aber so ne das kann man nicht essen hehehe nein Leute ihr schenkt es ein bisschen nach Erbsen Protein hehehe so ähm weiteres Rezept also was kommt jetzt vollkommen klar vollkommen logisch der Rest ist super einfach riecht ihr das? das Erbsen Protein das riecht nicht riecht nicht so lecker wie Fleisch sorry da muss ich ehrlich sein da muss ich ehrlich sein aber also es gibt bei Head of Fresh natürlich auch Fleisch ne das ist auch völlig klar gutes Fleisch auch ich bin euch auch dankbar dass ihr das leichte Rezept ausgesucht habt und nicht das schwere weil das wäre noch schlimmer geworden wahrscheinlich aber ich kann ja mit der Zeit immer besser werden ja hehehe so also wir richten jetzt wir richten jetzt den den Burger an ja ah ne die Burger kommen jetzt nochmal etwas in den Backofen schneid die vorher natürlich auf so und solange die im Backofen liegen können wir natürlich auch noch ein bisschen quatschen ja es ist natürlich immer sowas streamt dann ist man natürlich auch nicht so ganz so konzentriert ja okay ich gebe es zu es ist ein bisschen ein bisschen schwarz geworden hier aber nicht viel ja das ist ein Holzbrett Leute macht euch mal nicht so verrückt jetzt hier auf dem Boden ist schon alles ganz fertig so wie beim Mac ich muss ja alles der Boden ist ich hab mal ich hab mal im Burger King gearbeitet da war der Boden auch immer so rutschig dass man immer so rumgerutscht bei dir bei dir die Turnschuße auf dem Boden ne weil weil da alles voller Fett und hier ist jetzt auch alles voller Erbsenprotein wer kommt zu mir putzen wer kommt zu mir und putzt ich mach das mal ein bisschen sauber Leute Launch Sequence terminated Hasta la vista Baby jetzt pack'em boom so am gut ne Man hat auch hier Luft, wenn man mag, kommt hier sehr viel Luft raus. So Leute, die Küche ist sauber, aber wer Tiere zu Hause hat, weiß, ohne den besten Staubsauger Wenn ich viel Geld ausgebe, dann ausschließlich für Technik, wie zum Beispiel Streaming-Technik oder mein Laptop, oder einen Staubsauger, weil Leute, wenn ihr zwei Tiere habt, die verdiene Haare die ganze Zeit. Guckt mal hier, das ist mein zweites Instrument, was ich immer brauche, die Fusselrolle. Guck mal, das ist einfach, hier ist schon wieder alles voller Haare jetzt. Ist alles voll. Schlimm ist es, schlimm ist es. So, haben wir ein bisschen. Leute, die sind auch verbrannt. Die sind auch verbrannt. Nein, 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 warum, alles verbrennt mir, alles verbrennt mir, warum, warum, Moment. Wieso geht das so schnell? Das kann doch gar nicht sein, das kann doch gar nicht sein, Leute. Ich habe doch jetzt nur ganz kurz mit euch geredet. Wie kann man nur so dumm sein? Wie kann man nur so dumm sein, Leute? Das gibt es doch gar nicht. Das ist, guck mal hier. Die sind ja auch verbrannt jetzt. Das ist alles verbrannt, guck mal. So, bin ich denn dumm? Das gibt es doch gar nicht. Noch nicht mal einen Burger kann ich machen. Also, das kann jeder Dumme kann das. Außer ich. Ich kann das nicht. Aber ich esse das. Ich esse auch, wenn ich ein halbes Jahr früher sterbe oder so. Weil, man kann es natürlich abmachen, aber es ist nicht viel, Leute. Es ist nicht viel. Es ist nur hier ein bisschen, guck mal, das ist nicht gut. Siehst du, hier ist schon weiß. Es ist nur ganz wenig, ne? Also, wir lesen mal das Rezept weiter. Leute, hier riecht es nach Holzkohle und nach Erbsenprotein. Ich weiß nicht, wenn ihr HelloFresh das sieht, dann sagen die, okay, wenn du noch einmal Stream machst, dann verklagen wir dich. Du darfst keine unserer Produkte bewerben. Das geht auf gar keinen Fall. Aber gut, ich meine, das Urprodukt, das Ausgangsprodukt, das in der Tüte drin war, das war ja mal gut, bevor ich es jetzt in die Hand genommen habe. War das ja mal gut, ne? So, Sponsoring ist gekündigt, Leute. So. Barbecue-Soße, Salat, ja, einfach alles drauflegen, Leute. Einfach alles drauflegen, das war's, ne? Vielen, vielen, vielen Dank. Love Fleur, ich danke dir. Hoi, hoi. Danke schön, La Fleur, und danke schön, danke, danke für diese Starthilfe, für eine neue Küche. Ehrlich, hier ist Erbsenprotein auf dem Boden. Vielen Dank, Starni, MacInnes. Ich danke dir. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen, dass es irgendwie noch gut aussieht. Also, ich werde es mal für euch testen. Ich hoffe, ich hoffe, ich gerne. So, jetzt bin ich mit dem Boden. Wie? Ich höre mir. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. So, jetzt bin ich mit dem Boden. Jetzt werde ich es natürlich auch mal probieren, das ist ja völlig klar. Oh Leute, jetzt bin ich aufgeregt. Wollt ihr eine Gabel? Erstmal die Kartoffeln. Ja, 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 Kartoffeln sind gut. Natürlich jetzt ein bisschen rumgelegen, wegen dem Stream, aber da Kartoffeln halt. So und jetzt kommt natürlich das Beste, der Erbsen-Burbel-Ing Burger. Also, ihr wolltet vegan, hier habt ihr vegan. Ah, so. Mh. Ein bisschen wie ein McRib. Also, ich habe ja schon sehr viele Sachen gekocht bei HelloFresh. Und da waren Sachen, aber die waren richtig, richtig, richtig krass geil gut. Also, richtig, richtig gut. Ich meine, das ist halt ein Burger, Leute. Ja, also ich meine, kein Fleisch. Also, so sieht ja aus, es ist halt ein Burger. Leute, es ist halt ein fucking Burger, was ist los mit euch? Es ist nur ein Burger. Was guckt ihr überhaupt zu? Es ist halt ein Burger, ja? Hm. Also, das ist richtig gut. Ich dachte ja, wenn du die Wahl stellst, wählen die Leute safe den Fisch safe. Und dann wählt ihr halt diesen, diesen Burger. Kann ich auch nicht dafür. Nee, nee, der Burger hat keine 40 Euro gekostet. Alle drei Gerichte zusammen, inklusive Versand, aller Zutaten und der Rezepte, haben 46 Euro gekostet. Und das ist nicht viel, weil es ist für zwei Personen, ja? Also, du hast drei Essen für zwei Personen und dabei ist ja auch Fisch, also Seelachs, ne? Also, gute Zutaten. Das war natürlich jetzt was Billiges, ja klar. Aber es gibt auch richtig gute Zutaten, die auch teurer sind, ja? Ich zeige euch nochmal die Rezepte. Das wäre jetzt auf jeden Fall ein bisschen aufwendiger gewesen. Und das hier wäre schon, das kann man nicht einfach, das kann nicht jeder, ne? Gedämpfter Seelachs mit... Dill-Marinade und Dill ist super lecker. Ich liebe Dill. Ich liebe Dill. Dill with it, ja. Ich habe sogar hier selbstgezogenen Dill, habe ich hier hängen, zu Trockno, ja? Mmh. Ja. Es ist halt ein Burger, Leute. Es gibt auch Sachen zum Backen, klar, es gibt ganz viele Sachen. Probiert es aus, HelloFresh ist wirklich idiotensicher. Die werde ich mir dankbar sein. Es ist halt ein Burger. Es ist halt ein Burger, gell? Was soll ich sagen, ne? Das Team ist eigentlich vorbei. Ich würde auch nicht mit vollem Mund sprechen, wenn ich jetzt einen Seelachs in Dill-Marinade essen würde. Das mache ich nur, weil das ein Burger ist. Ja. Wenn ihr schon mal wissen wolltet, wie es wäre, mit mir Meckes zu sein, so sieht es aus. Ich sage, ich trinke bei mir immer Wasser oder Wein. Wasser oder Wein. Beides. Ob es komisch ist, von Leuten beim Essen beobachtet zu werden. Es gibt sehr erfolgreiche Streams, die machen nichts anderes. Die essen einfach. Das ist natürlich meistens... Hübscher, 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 hübscher Frau. Also, ich weiß nicht, ob es auch für alte, weiße Männer gibt. Streams, wenn alte, weiße Männer essen, die sehr erfolgreich sind, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, aber... Nolle, das ist einfach nur ein Burger. Bist du dumm? Das ist doch nur ein Burger. Sag mal, hör mal. Da müsste eigentlich, müsste da noch Speck... Speck drauf sein. Dann wäre es natürlich nicht mehr vegan. Einmal vegan. Bitte einen veganen Burger mit Speck, bitte. Ladies, Jungs lieben Speck. Was? Mit Speck? Bist du behindert? Kannst du nicht hören? Ich habe nur gesagt, einen veganen Burger mit Speck, bitte. Hallo, haben Sie vegane Burger? Ja. Mit Speck? Ich finde, Speck ist halt auch so ein geiles Wort, ne? Ja, die Kochschürze zeige ich euch beim nächsten Mal. Die zeige ich euch beim nächsten Mal. Jetzt würde ich sagen, zum Abschluss noch einen kleinen Kaffee. Ein petit Café, s'il vous plaît. Und dann kommen wir langsam zum Ende. Dann trinke ich mit euch noch einen schönen kleinen Kaffee. Und ja, so zum Abschluss. Das ist das, was ich mir bestellen würde im Restaurant. Ein kleiner Kaffee. So, da ist er. Der Kaffee. Kommt noch ein bisschen dicht. Ich wollte nochmal hier die geile Kameraumstellung machen. Nur dafür. Ja, Leute. Wieso gibt es überhaupt bunte, wenn doch die gelben am besten schmecken? Das ist der Kaffee. Mh. Mh. Leute. Der Anshwan. Den kenne ich. Von RTL. Aber ich sage euch eins. Der ist mit einem goldenen Löffel im Mund geworden. Mh. Ja. Der hat richtig Kohle. Ach, jetzt kommt der gemütliche Teil. Ja, ich habe ja noch andere Rezepte, die ich kochen kann. Ja, guck hier. And Boss Küche. So heißt die Sendung. Ja, habt ihr andere Vorschläge? Könnt ihr auch gerne mal in den Chat schreiben. Jetzt habt ihr ja gesehen, wie es abläuft. Aber ehrlich, Leute. Als ich vorhin die Pfanne aufgemacht habe. Und dann habt ihr das gesehen, wie das da gekruftet hat. Ich dachte, das brennt gleich, Leute. Das wäre jetzt der erste Koch-Stream, den er dort macht. Und die Küche brennt. Ja. So, meine lieben Freunde. Sogar hier sind Katzenhaare dran. Das ist wirklich... Das gibt es überall in Katzenhaare. Schlimm. Immer was gesundes Essen. Schön ausruhen. Rausgehen. Spazieren gehen. Das Tageslicht aussetzen, das da ist. Damit ihr fit bleibt. Ich wünsche euch Frieden, Freiheit, Fortschritt und von Herzen ein langes Leben. Gute Nacht, meine lieben Freunde. Tschüss. Gute Nacht.